Viel zu leise hier, da werde ich nervös. Das erste Mal im Alloyant für U.N.P. Und wir, Mona, für die Marseille. Vielen, vielen Dank. Sir, wir haben ein Problem. Sie beobachten mich? Ich beobachte nur, wen die beobachten wollen. Wer sind die? Das Management. Das hat mir mega gut gefallen, wirklich. Überraschend auf jeden Fall. Ja, ich fand den generell super geil. Ich habe mich seit Monaten drauf gefreut. Extrem gut. Ich fand, es waren viele Überraschungen dabei, insbesondere am Anfang. Alle Schauspieler fand ich richtig cool. Exorbitant gut. Also ich fand die Kamera und die Musik extrem stark. Jeff Bridges liefert ab, wie immer. Und Mr. Hemsworth war natürlich auch. Nice. Ich fand die Musik total toll. Hat mega Spaß gemacht. Ich fand es auch toll, dass so viel live gesungen wurde da. Er war echt extrem stark, auch noch mit dem UV, auch von den Schauspielern her. Also ich fand es gut, dass vieles sehr unerwartet war. Und dass man irgendwie gemerkt hat, dass der Film ja auch sehr dieses Thema Lügen behandelt. Also jeder hat hier irgendwie so sein kleines Geheimnis. Das haben wir alle. So ein Scheiß passiert. Hol mir ein Whisky. Nur im Kino.